Hallo Leute, heute ein Witz mit dem Kellner. Viel Spaß! Sagt der Gast zum Kellner, bringen Sie mir bitte das, was die Dame dort drüben hat. Darauf der Kellner. Ich will es versuchen, aber ich glaube nicht, dass sie es sich so einfach wegnehmen lässt. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!